Also, das Ding kickt wie Hölle. Alles ist hier aus Stahl. Haftet überall. Toll. Grüß hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich denke mal, das liegt nur daran, weil ihr den Titel gesehen habt. Ja, was ich hier in dem Karton habe, ist die brandneue VFC AK-74M Gas Blowback. Feiere ich total ab. Habe ich im März dieses Jahr in den Händen gehalten und konnte damit sogar schon mal schießen. Vorgestellt worden ist es ja auf der MOA 23. Ja, und jetzt ist das Ding in Deutschland gelandet. Und ich glaube, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, von Björn von Pfützner Waffen, habe ich deutschlandweit das allererste jetzt hier in Privathänden. Und es ist für mich eine absolute Ehre, das jetzt mit euch zusammen auszupacken, anzufassen, auszuprobieren. Ich bin mega gespannt. Auf der IWA hat sich das hervorragend angefühlt und geschossen. Das Ganze kommt, wie gesagt, bei Pfützner Waffen und bei GSP Airsoft, müsste jetzt auch schon gelistet sein. Der Preis liegt bei 730 Euro. Das ist schon eine mega Ansage. Aber von dem, was ich jetzt schon sagen kann, es ist geil, ja. Ich bin ja gespannt, was VFC jetzt noch so gewerkelt hat. Ich quatsche jetzt auch nicht mehr so lange. Wir packen mal das gute Stück aus. So, und dann bin ich ja mal gespannt. Ja, fängt allein schon mit dem Karton an. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich hole das mal raus. Die AK kommt in diesen absolut genialen Karton. Ich lasse mal die Kamera hier mal so ein bisschen lang fahren. Hat absolut russischen Flair. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Küchenfliese. in weiß und blau mit der Matruska drauf, den Bären. Und hier VFC. Und hier sehen wir ja auch so ein paar Produkte, die PSHH. Die gibt es ja auch bald als GBB. Hier haben wir jetzt die AKM. Sieht so aus, als ob da noch was geplant ist. Hier die Sketchine ist auch schon in der Mache. Und hier sogar auch eine RPG. Vielleicht kommt das auch nochmal von VFC. Wäre ich gespannt drauf. Aber jedenfalls schon dieser Karton ja schon geil. Ich drehe mal nochmal auf der Seite und könnte auch nochmal wählen. Ja. So. Dann machen wir das gute Stück mal auf. Und jetzt bin ich gespannt. Wird wie gesagt nur ein kurzes Auspackvideo. Review folgt dann. Ähm. Das Teil ist sonst wohl in der PDB Abnahme. Und dann geht das los mit dem Verkauf. So. Ich zeig mal rein. Also typisch eigentlich VFC verpackt mit dem Karton. Ja. Dann holen wir das mal raus. Tja. Haben wir erstmal hier. Da wird wohl das Magazin drin sein. Auch hier in diesem Design. Absolut cool. Ja. Schön leicht. Ja. Dann haben wir dazu hier noch so eine ähm. Ein Speedloader. Und hier dieses Teil. Ich glaube das wird. Ich guck mal aus. Ich denke mal das Teil ist dafür da. Ähm. Wir können hier einstellen. Ob wir ein Full Travel Board haben wollen. Oder ein Short Board. Ähm. So wie es aussieht. Das wird das Teil sein. Dann haben wir hier ähm. Die Möglichkeit das so einzustellen. Wie ihr es gerne haben möchtet. Zum Spielen ist es wahrscheinlich schöner. Wenn man dann einen kürzeren Verschlussweg hat. So. Und jetzt holen wir das gute Stück mal raus. Wahnsinn. Ich freue mich total, dass das nach Deutschland gekommen ist. Und auch so relativ schnell. Ja. Das ist ja jetzt im Ausland. Kamen ja schon die ersten Videos dazu. Und jetzt schon bei uns. So. so sieht es aus. Es fässt sich richtig schön schwer an. Die technischen Daten blende ich euch hier alle ein. Ja. Ja. Wir haben hier auch die Möglichkeit wie beim Original den Schaft einzuklappen. Einmal hier drauf drücken. Dann könnt ihr den einrasten lassen. Schöne kurze und kompakte AK. Und hier zum Endrasten hier drauf drücken. So. Ach hier. Da sind die Markings. Schön. So wie es sein muss von 14er Waffen. Schön unterhalb hier von der Abzugsgruppe angebracht. Absolut fantastisch. So. Dann legen wir mal ein Magazin ein. Und dann ist es komplett. Höher. Fässt sich richtig schön stabil an. Richtig gut. Das Stock hat ein bisschen Spiel. Aber wird beim Original auch so sein. Griff ist fest. Alles fest. Feuerwehrhebel. Erste Position. Normalerweise Full Auto. Da wir hier aber in Deutschland sind. Sind wir hier nur auf Semi beschränkt. Und einmal ganz nach unten haben wir Semi. Das Tolle ist auch. Dass VfC das so konzipiert hat. Dass nach dem letzten Schuss. Der Hammer wirklich nach vorne fällt. Und dann die Airsoft nicht mehr schießt. Und das Geniale ist. Ich glaube das hatte ich euch noch gar nicht gesagt. VfC hat hiermit ihre allererste AK als Gas Blowback gebaut. Ja. Also ein neuer Player im AK GBW Bereich. Da haben wir ja GHK, Tokio Marui, SRC, WE und jetzt hier mit VfC. Ich denke mal das wurde absolut Zeit. So. Ich denke mal. Jetzt hat genug gequatscht. Jetzt lassen wir das Ding mal ein bisschen rocken. Oder? Mal gucken wie der Kick ist. Ja. So. Wenn wir hier mal. Drücken wir mal hier ein paar rein. So. Schutzrille auf. Und dann mein erster Versuch. Oder sagen wir mal. Ist ja der zweite. Aber das ist der erste Versuch jetzt zu Hause. Mit der AK 74 M von VfC. Wow. Also das Ding kickt wie Hölle. Und wir haben auf jeden Fall den langen Weg von dem Verschluss. Das Teil wackelt ordentlich ab. Richtig genial. Ich würde sagen, ihr guckt noch mal kurz rein. Ja. Das schöne ist ja. Wir haben hier alles aus Stahl gebaut. Ich habe hier mal meinen Magneten. Ja. Der haftet hier überall. Alles ist hier aus Stahl gefertigt. Hier gibt es nichts, was nicht aus Stahl ist. Tolle. Wir haben hier auch auf der Seite eine Montage für russische Visiere. Vom PSU bis zum Nachtsichtgerät. Dummy könnte hier alles anbringen. So. Dann nehmen wir das kurz mal auseinander. Ging auf der EVA ein bisschen schwer. Mal gucken wie es jetzt hier ist. Doch. Hier geht es einfacher. Ja. Und im Inneren alles aus Stahl verbaut. Auch hier die zweiteilige Feder. So. Gucken wir nochmal rein. Verschluss. Hört mal. Bing. Und das hier aus Stahl. Wunderbar. Hier. Alles aus Stahl. So. Jetzt gucken wir mal ins Innere. So. Dann haben wir hier die Hop-Up Justierung. So ein Drehrädchen. Und hier innen drin. Soll auch alles aus Stahl sein. Mal gucken. Haftet. Ist das pentru��ily? Ja magisch, Soul, Heil hält überall. Absolut genial. Ich bin mega begeistert. Das soll es jetzt erstmal auch sein. Ich baue das mal wieder zusammen. vielen 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 dank an fitzner waffen die hier dieses gute stück ins land geholt haben die müssten jetzt auch mittlerweile schon im shop sein also guckt mal drauf die links packe ich euch in die video beschreibung und dann wird auf jeden fall in review folgen das alles noch ziemlich fest das war auf der ewe auch so dass es noch so ein bisschen gehabt hat so passt denn den decker drauf jetzt fest so ich würde sagen noch einmal eine runde und dann soll es das gewesen sein mega 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 geil dass hier die erste so schnell nach deutschland gekommen ist liegen wieder mehr babys auf dem tisch als im magazin die letzten schüsse in diesem video aus der ak 74 von vfc obwohl wir hier auch kein full auto haben habe gesehen man kann richtig schnell triggern und das ist hier auch der full travel board wenn ich das ding hier noch ein bau denke mal geht das noch noch viel viel schneller so ich habe jetzt noch mal den short stroke eingebaut mal gucken wie das jetzt schießt definitiv schneller ich baue das noch mal aus dann können wir uns das noch mal von innen angucken das sind ja welten ich halte mal rein da haben wir jetzt hier diesen plastik puffer und wenn jetzt der verschluss nach hinten geht geht er nur bis zu dieser position und dadurch haben wir richtig schnelle schuss folgen ich zeig sie noch mal rein ja abbauen einfach ganz einfach wieder abziehen dann wieder rein stecken deckel drauf und dann seid ihr wieder mit full travel unterwegs so das war es jetzt erst mal von mir gewesen bruce bb2k airsoft channel schön dass ihr euch dieses video mit mir angeschaut habt wer meinen kanal noch nicht abonniert hat klickt mal da oben drauf unten gibt es ein weiteres video von mir so und jetzt seid ihr dran wer hat da auch richtig bock drauf sich so eine 74 m zu bestellen schreibt mal unten in die kommentare rein ich denke mal ich bin nicht der einzige als hier nochmal rein wahnsinn so das war es von mir wir sehen uns bald wieder bleibt mir gesund bis dann euer bruce